Nennen! Nennenennenennennennennennennennennennen! Ja, hallo meine Freunde! Der Sonne da sind wir wieder und weiter geht's ok ich verstehe ihr auf termine aber ich muss euch überholen was halten wir davon nix hallo es war so schlau wieder in der kurve zu geben ich bin man manchmal manchmal ja manchmal da denke ich nicht aber nur manchmal aber wir haben ja noch zeit mehr haben wir jetzt erst mal 50 prozent wir haben ja noch ein bisschen zeit nee oder alle auch nein manchmal ach scheiße ja gerade läuft nicht so ist die erste runde das krasse ist wir waren ja schon übelst nah dran jetzt kommt hier noch ein auto entgegen ich krieg echt plack auf den zählen weil das klasse ist die sind ja immer noch nicht so wirklich weit weg das herrscht nee nee das wollte ich doch nie mann ja gut jetzt habe ich es aber selber jetzt habe ich selber verpackt also irgendwie jetzt kommen zum meinen rennen hier so habe ich das wie so ganz ich weiß nicht wie ich so drauf komme aber das ist jetzt nicht so mein rennen gewesen gut dann fahren wir mal das nächste 400 rennen um zu zeigen wo der frosch die loggen hat oder fuck mir ist jetzt aufgefallen dass wir jetzt schon die frei haben jetzt schon nach einem rennen da will ich mal wissen was jetzt nach den 400 rennen passiert ob er dann 98 sind oder so überspringen einfach stufe 5 und wir sind an 98 wegen die witzig los geht's ich habe immer für also hier in dem spiel habe ich von nitro einsatz angst erst mal erst mal nie verbringt man meistens gar nichts und zweitens wenn man nicht nur hier einsetzt man kann nicht mehr lenken weil man hebt vorne ab bw wiegt ja unter 10 kilo das ist eher hier gerade ein ram fest problem ist ja auch bei den 400 rennen weiß man jetzt nicht weil da steht ja nur noch 400 plus das heißt die können ja an sich eine echte wertung von 600 euro hat zumindest immer den zweiten ja da war ich mal kurz auf dem zweiten nein ich habe ein bmw m 89 9,4 darauf zu lügen jetzt wünschen wir ein bisschen besser fahren wäre es kein problem aber das mache ich halt nicht das heißt wir können an sich schauen wir jetzt schon eher die drei jahren zumindest schon mal machen da haben wir das schon mal in der test ich glaube ich weiß gar nicht ob uns zwei teile noch fehlen oder ein teil wir machen natürlich noch die stupe 5 brennt aber ich glaube das war dann die letzte nacht ich habe mich verfolgt habe ich leider nicht mitbekommen es tut mir leid ich habe gerade eine kaffeefahrt gemacht da habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet dass ihr mich verfolgt es tut mir so naja ne so hier wird unser letzter ja lasst mich mal durch wow scheiße auch mann ich hasse verkehr jetzt mal ganz ehrlich so nervig Alter Alter was ist hier los mit mir jetzt heute mann ich habe heute mit jedem verkehr der musste sein das tut mir so wie stelle euch mal vor ich würde jetzt nur eine truppflasche mitnehmen ich kann in der ganzen zeit mich lenken es ist halt krank also wer das macht der ist verrückt ich weiß halt nicht ob das nur bei den bmw ist dass er sich dann überhaupt gar nicht mal lenken lässt oder ob das bei den anderen fahrzeugen auch so ist wie das jetzt nur noch mein benzin ausläuft wäre schlimm das kann ja auch mal passieren ne aus dem weg mann ich fahr heute wie ne ich weiß nicht was heute los ist also heute ist echt nicht mein tag für nicht lustig das war noch nie aber heute ist noch schlimmer ja was ist los bei euch hier bremst du oder was weißt du hier bremst du ab einer extrem starken kurve da wird natürlich nie getrennt ab einer kurve wo man mit 300 einfach vorbeiziehen kann also einfach lenken kann da wird natürlich ganz stark getrennt hier warum habe ich das jetzt gemacht warum habe ich den jetzt gerannt ist ja auch nicht mehr guck mal eigentlich dürfte ich jetzt absolut keinen fehler mehr machen und wir haben das war kein fehler das muss so und klein nochmal geblitzt ok wo ist denn eigentlich das heat 5 rennen das heat 5 rennen ist wieder da was haben wir denn hier ne das fährt komplett woanders hin ist ein rund kurs könnte man auch machen aber es ist halt 340er kann man hier die bewertung noch höher machen ne ne hm mhm 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 wo fährt denn das hin oh ne ne das fährt ja sonst wohin ja dann machen wir den rund kurz in der straße das so guck auf die straße du kugel meine herren darf ihn hier nicht mal mitten auf der straße in ruhe drehen auf einer gezogenen linie wenn man die kleine weggerannt verstehe sowas nicht ach ich habe ich habe gerade gemerkt eigentlich habe eine mine das war ganz schlau von mir hier ist wasser scheiße oh nein oder der ist wirklich reingefahren jetzt bin ich am arsch jetzt kommt man da ne wohl der fährt weg die polizisten fahren ja echt noch schlechter als ich ne also und das geht eigentlich gar nicht aber die bekommst hin aber die bekommst hin das für ein gebäude fehlen da die texturen oder muss das so ist das kunst kann das kann das weg das kunst ich glaube das ist kunst weil auch wenn texturen fehlen kann das auch kunst sein das wissen die meisten leute nämlich gar nicht aber sowas kann auch kunst sein ja ja ne 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 das machen wir mal eh Ich bin mal gespannt, ob wir für das Rennen auch genug Heat bekommen Nicht, dass uns irgendwie noch ein Bullermann fehlt, ne Dann müssen wir mal gucken, dann könnte man ja eigentlich noch eine Verfolgungsjagd mit ranhängen Also wir können ja schon mal Richtung Heat 5 Rennen fahren Mein Auto sieht aus, ey Wie viele Rennen bin ich jetzt gefahren? Zwei? Zwei oder? Ja, zwei Oder drei? Ich weiß schon gar nicht mehr, bin ich jetzt zwei oder drei gefahren? Ah, das ist Kunst hinten auf der Scheibe Das ist, ähm, das muss so Scheibe ist nicht kaputt, das ist Kunst Das wollte ich so, das ist so Deko-Element Ja, das war ein Deko-Element Hallo Das Problem ist, es wird gleich richtig lustig die Polizei los zu werden Das kann ich euch jetzt schon sagen Weil wir fahren ja einen Rundfurs Und keinen Sprinti Das ist mir aber jetzt erst irgendwie klar geworden Ja, ich glaube da einfach mal auf, ne? Warum nicht? Macht ja bestimmt auch ein Relive Einfach mitten auf der Straße aufkloppen Ja, aber heute spielen wir mal ein bisschen Ramport, ne? Also, eigentlich müsste man mal so einen Counter hier einrichten Also, vom Spiel aus, wie viele Unfälle man in Erinnerung baut Da wäre der Counter schon bei mir ganz schön hoch Danach könnten wir Counter-Strike spielen Ich weiß, es war ein Palswortwitz Hey, Alter Ich könnte mal aufhören, hier irgendwie einfach aufzukloppen Das möchte ich nicht Hören Sie auf damit, bitte Das melde ich der Polizei Oh, oh Das, das, das ist, äh, nee Warte mal, wir haben hier irgendwo Ich habe ja gerade ein bisschen Zeit, ne? Machen wir es mal so Kann man eigentlich von Rennen einfach abhauen? Also, in der Nacht kann ich jetzt einfach sagen Gut, ich fahre jetzt einfach von Rennen komplett weg Oder wird das nie abgebrochen? Also, na, scheiße, ich kann ja eh lang gehen Ach, ein Mann, hör auf damit Ich bin mir doch weh, Mann Guck mal, ach, scheiße, hier hätte ich ja auch noch nur das Ding es gab Ha, das siehst du mal Aber das Heatschub für 5 Rennen hat den Vorteil, ist in der Nähe von, ähm Alter Wie setzt man sich eigentlich hier zurück? Ich habe keinen Plan, ne? Ich weiß nicht, wie man sich hier, äh, ich habe es noch nie gemacht, ne? Was muss ich denn hier drücken, dass ich mich zurücksetzen kann? Ich weiß es nicht Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt noch Ich bin doch nie bescheuert, ich gehe doch nie da hin Weil, ich glaube, ich muss das Rennen ja jetzt Warte mal, kann ich das Rennen abbrechen? Kann ich jetzt einfach sagen, tschüss? Hey, wie setzt man? Man muss sich doch irgendwie zurücksetzen können Oh, nee, oder? Achso, der ist oben Jetzt muss ich Wie soll ich denn an den Polizisten vorbei? Ich muss ja Ah, cool Fehlgeschlagen Wie hat er mich jetzt gesehen? Gut, wir können ja schon mal in die Richtung fahren Ich bin halt ungelogen gerade am überlegen Ob wir nicht einfach, ähm Home-Suite-Home fahren sollten Haben wir denn? Dann haben wir halt noch in den Nah Aber Bevor wir das Teil jetzt verlieren Weil wir haben alle Eigentlich schon, ne? Kann man schon mal da hin Ah, ja gut Dann machen wir halt noch mal eine extra Tour Falls uns noch ein Teil fehlt Ich will nicht mal ganz genau Ich habe unser Kehl besiert Weil wir haben halt keine Reparatur mehr, ne? Also keine eigene Und das ist glaube ich nicht so gut So, warte mal hier Wir haben gerade eine Prioritätsmeldung reinbekommen Ja Was ist heute mir Also, ne? Heute läuft es bei mir absolut gar nicht, ne? Ich weiß nicht, was ich heute hier mache Geh mal runter Ich mach irgendwas So, jetzt fahren wir einfach in die Wood rein So Ist ja direkt hier Okay Da haben wir erstmal jetzt ein Teil Ich guck mal Vielleicht hat uns ja nur ein Teil gefehlt Kann natürlich auch sein Das Auto sieht aus, ey Wer ist denn das gefahren? Die Hälfte der Racer da draußen Hat schon vergessen Was wir für die Stadt getan haben Ja, ein Teil fehlt Hier, ein Teil fehlt uns noch Dann haben wir alle, ne? Gucken wir mal ganz kurz Ja, wir haben dann wirklich alle Teile Naja, da hängen wir halt noch eine Nacht dran Das ist ja nicht so schlimm Gucken wir mal hier ganz kurz Aber ich glaube, wir müssten alle haben Hier haben wir auch alle Hier haben wir auch alle Reifen Ja Hier haben wir auch alles Hier haben wir auch alles Antrieb Ja Okay Ja, dann müssen wir noch mal eine Nacht dranhängen Ist halt so Aber es war mir irgendwie sicherer Ich hoffe, ihr verzeiht mir Und ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Bis dann, haut rein und tschüss